Hallo liebe Studierende! Ja, schön, dass Sie da sind. Ich wollte nur mal kurz eine Nachricht an Sie richten, habe gerade meine sechste Vorlesung in diesem Semester hier abgeschlossen und was uns allen aufweckt, Sie sind wirklich mit viel Begeisterung dabei. Aktuell bei diesen Online-Vorlesungen ist ja wirklich ein besonderes Semester, in dem wir gerade sind und wir freuen uns sehr, dass Sie so mit Engagement dabei sind. Manche schaffen es vielleicht aktuell nicht mehr so sich zu motivieren, weil wir doch wirklich viel, viel Online-Unterricht natürlich auch haben. Insofern sehen Sie zu, dass Sie jetzt am Ball bleiben. Das Semester ist ja noch ein bisschen, ein Stück weit Weg haben wir noch zu gehen. Vier Vorlesungen sind es noch, dann kommen die Klausuren. Also sehen Sie zu, dass Sie am Ball bleiben alle und dass wir wirklich dann zusammen dieses Semester, dieses Online-Semester schaffen mit der Aussicht, dass es jetzt besser wird und dass wir dann auch im nächsten Theoriequartal hoffentlich alle wieder zusammen hier in der FADW sind. Insofern viel Erfolg und viel Freude dabei. Bis dahin, tschüss!